Slobodan Milosevic war der einflussreichste Politiker in Jugoslawien, als die Kriege der 90er Jahre ausbrachen. Die Kriege brachen aus, weil sich die Serben gegen die Abtrennung von Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina aus der Jugoslawischen Union auflehnten. Später entbrannte der Konflikt um die Provinz Kosovo. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen gab es 125.000 Tote und mehr als drei Millionen Flüchtlinge. Während jener Kriege war Slobodan Milosevic Präsident von Serbien und der wichtigste Politiker der Region. 1999 wurde Milosevic vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag als Kriegsverbrecher angeklagt. Zwei Jahre später, 2001, wird Milosevic vom demokratisch gewählten serbischen Präsidenten Soran Jinjic an den Strafgerichtshof ausgeliefert. Die Anklage lautet auf Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen in Kroatien und im Kosovo. In Bosnien erweitert um den Vorwurf des Völkermords. Wie ich sehe, werden Sie heute nicht von einem Pflichtverteidiger vertreten. Wir gehen davon aus, dass dies auf Ihren eigenen Wunsch geschieht. Sie haben das Recht auf einen Pflichtverteidiger und sollten sich sehr genau überlegen, ob es in Ihrem eigenen besten Interesse ist, nicht von diesem vertreten zu werden. Ich sehe dieses Tribunal als falsches Tribunal an und Ihre Urteile als falsche Urteile. Es ist illegal, also sehe ich keine Veranlassung für ein illegales Organ, einen Pflichtverteidiger hinzuzuziehen. Nun, möchten Sie, dass die Anklage verlesen wird oder nicht? Das ist Ihr Problem. Wir halten fest, bekennt sich nicht schuldig. Wir halten fest, immer nochmals. Wir halten fest, bekennt sich nicht schuldig. Wir halten fest, bekennt sich nicht schuldig. Dies ist eindeutig der wichtigste Strafprozess, den das Gericht bisher geführt hat. Zum ersten Mal muss sich ein ehemaliges Staatsoberhaupt seinem Prozess stellen. Februar 2002. Der britische Anwalt Geoffrey Nice wird zum Hauptankläger im Prozess gegen Slobodan Milošević ernannt. Es ist der bedeutendste Gerichtsfall seit den Nürnberger Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg. Guten Morgen, euer Ehren. Aktenzeichen IT 0254T, die Staatsanwaltschaft gegen Slobodan Milošević. Gut, Frau Anklägerin. Carla Del Ponte ist die Chefanklägerin für alle vor dem Jugoslawien-Tribunal der UNO verhandelten Fälle. Euer Ehren, die Kammer beginnt nun den Strafprozess für diesen Mann und die Vergehen, die er begangen haben soll. Wir werden heute Zeugen eines nie zuvor erlebten Aktes internationaler Gerechtigkeit. Vor Gericht steht heute keine staatliche Organisation. Die Anklage beschuldigt nicht ein ganzes Volk der gemeinsamen Schuld an den Verbrechen, auch nicht dem des Völkermords. Der Angeklagte steht vor ihnen, um Rechenschaft abzulegen für seine eigenen Handlungen und seine persönliche Beteiligung an den ihm vorgeworfenen Verbrechen. In diesem Prozess geht es darum, wie der Angeklagte an die Macht kam. Macht, die ausgeübt wurde, verantwortungslos, unverantwortlich und ohne jede Moral. Anfangs dachte er womöglich, es gehe alles nach ihm. Ein neues Jugoslawien, er selbst ein zweiter Tito. Wir müssen hier den Begriff ethnische Säuberung verwenden. Das geschah immer und immer wieder. Doch heute, da Presse, Radio und Fernsehen den Krieg zeitgleich in unsere Wohnstuben tragen, muss die Frage gestellt werden, wusste er davon. Natürlich hat er es gewusst. Wird nun irgendein Dokument auftauchen, in dem steht, gehe und begehe diese Verbrechen? Natürlich nicht. Die Menschen sind nicht so. Selbst gewöhnliche Verbrecher sind nicht so. Sie hinterlassen keinen Zettel, auf dem steht, töte X oder bestehle Y. Die größte Schwierigkeit für einen Staatsoberhaupt besteht darin, sich von der kriminellen Aktion selbst so weit entfernt zu halten, dass kein Zweifel auf ihn fällt. Die Anklage lässt zum Beginn des Prozesses die Opfer zu Wort kommen. Shirete Berisha stammt aus dem Kosovo. Die italienische Mitanklägerin, Christina Romano, leitet die Zeugenvernehmung. Bitte die Zeugin zu vereidigen. Zeugin, nennen Sie bitte dem Gericht Ihren vollen Namen. Ist dies das Café, in dem Sie sich befanden? Wie alt waren die vier getöteten Linder? Wie alt waren sie? 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 Und sie sind sie, dass sie sie in das Schwerpunkt waren, und sie zuvor, dass sie nicht mehrmals nachdem. Ich hab mir alles mit dem Auto und ich auf mich auf die Kaffee. Als ich um ihn abwarten, dann habe ich mich nur mit dem Auto, bis ich ich habe, dass ich hier mit dem Auto rausgekommen bin. Ich habe mir gedacht, dass ich mich nicht in Italien bin. Ich habe die Frau, die Frau, wenn ich mich nicht mehr, wenn ich mich nicht mehr mit dem Auto rausgekommen bin. Die Hüftel haben sich nicht mehr gemacht. Sie haben sich nicht mehr verletzt, sondern sie haben sich nicht mehr verletzt. Die Hüftelung des Hüftels wurde von Hüftel, Hüftel und Hüftel und die anderen wurden die Hüftelung des Hüftels. Der serbische Anwalt Dragoslav Ognjanovic ist einer der engsten Berater Milosevic. Er unterstützt den Angeklagten außerhalb der Gerichtsverhandlung. Nehmen Sie diese beiden Gebäude da links auf. Sehen Sie? Das ist die NATO. NATO-Bombenangriffe. Das war das Hauptquartier der jugoslawischen Armee. Und das war das Hauptquartier der serbischen Polizei. Sehen Sie, es wurde zerstört. Es war Krieg. Es war ein Feldzug gegen mein Land und gegen mein Volk. Nicht gegen ein Regime gegen Politiker. Er ging gegen die Menschen. Ich bin Serbe und natürlich verteidige ich nicht nur meinen Mandanten. Ich verteidige mein Volk. Wir sind anständig. Wir sind anständige Leute. Seine Stimmung ist gut. Er hat gute Laune und ist sehr zuversichtlich. Die Zelle ist sehr klein, ungefähr 16 Quadratmeter. Nach der Verfahrensordnung für Anwälte kann ich ihn täglich besuchen und an Gerichtstagen sehe ich ihn in den Verhandlungspausen. Das ist seine Post. Er bekommt sie im Gefängnis von Menschen aus aller Welt. Es sind viele, die ihm schreiben. Die Menschen hassen das Tribunal. Sehr komisch. Das hier sind Postkarten, die ihn mit seinem Enkel zeigen. Seine Hauptstrategie ist nicht, sich zu verteidigen. Er will angreifen. Wissen Sie, es ist wie eine Bühne. Wir wollen, dass er gehört wird. Überall auf der Welt. Ich bin Strafverteidiger und in meinem Land gibt es keine Anwälte, die sich mit internationalem Recht auskennen. Anwalt für einen Mann wie ihn zu sein, ist eine große Ehre. Er ist wie ein Fels, wissen Sie. Er ist sehr stark und doch steht er irgendwie auf der anderen Seite des Spiegels und ist sehr allein. Auch so stellen Sie mir an... dass ihre maple ist sein, was es vor der earthen, nur die sie trainen. cub es zu sein, sie haben, und ich sage ihnen, dass sie ihre maple sind ist hier. Er ist das Leben lang, Er wollen wir berättaatet für alles, was sie haben. Das sind sie haben sie und zu haben. Das sind sie, sie haben, sie haben sie Pa vi vreigate ceo narod. U srpskoj tradicii i u tradicii srpske vojske ratni zarobljenik i čovjek bez oružja je svetinja. Svako ko je prekršio tu svetinju treba da odgovara. Ali to nije činila ni vojska ni policija. Pogledajte kako stoji. Ogromana parat na jednoj strani. A na moj strani ja imam samo javnu telefonsku govornicu u zatvoru. To je svetinjim jara spolažem sa najtežim klevetama upućenim na račun i naroda, i države, i moi i svih onih, koeste vi spominjali i spominjali ovde. Der serbische Anwalt Denko Tomanović ist ein weiterer Rechtsberater des Angeklagten. Ogromana parat drei Personen. Was glauben Sie, wieviel Jahre wir brauchen, um all diese Unterlagen zu lesen? Es ist unmöglich, im Fall Milošević von einem fairen Prozess zu sprechen, wenn man Hunderttausende von Seiten erhält. Diana Dichlich stellt Unterlagen und Schriftstücke für die Anklage zusammen. Hier wird alles gesammelt, was in der Verhandlung anfällt und so zusammengestellt, dass es vor Gericht verwendet werden kann. Alles, was raus muss, wird fotokopiert. Manchmal stapelt sich das in allen Fluren. Frühjahr 2002. Die Staatsanwaltschaft will, dass die Klage die gesamte Geschichte der Kriege im ehemaligen Jugoslawien einbezieht. Das Ausmaß der Anklageschrift setzt die Staatsanwaltschaft unter Druck. Wenn 80.000 Menschen verschleppt werden, wie viele Zeugen benötigen sie dann? Die Richter brauchen vielleicht nur genug Beweismaterial, um eine Schlussfolgerung zu ziehen. Doch die Opfer, die wollen, dass ihre Geschichte gehört wird. Wenn Sie 47 Dörfer haben, stellt sich die Frage, warum müssen Sie Beweise aus allen 47 erbringen? Warum reicht nicht die Hälfte oder auch nur ein Drittel von ihnen? Die Statistiken belegen, deswegen haben wir uns auch nicht an die Fristen gehalten, dass mehr als 1000 Zeugen geladen werden sollten. Unter solchen Voraussetzungen ist kein Prozess möglich. Euer Ehren, erlauben Sie zunächst die Anmerkung, dass wir so hart wie möglich gearbeitet haben und uns so intensiv wie möglich bemüht haben, Zeitvorgaben einzuhalten, die für das gesamte Team der Staatsanwaltschaft als uneinhaltbar gelten. Unter Berücksichtigung dieser Umstände haben wir beschlossen, der Staatsanwaltschaft auf den heutigen Tag ein Jahr Zeit zu geben, ihre Anklageschrift vorzubereiten. Es ist eine schwierige und unbefriedigende Lage, in der wir uns befinden. Das ganze Vorhaben, drei Kriege in einem Jahr unter diesen Umständen zu verhandeln, ist wirklich optimistisch. Es geht darum, dass sie mit uns zusammenarbeiten. Mein Ziel ist, dafür zu sorgen, dass die Gegenseite besser am Verfahren teilnehmen kann, um die Zeugenvernehmungen zu verkürzen. Machen Sie sich keine Illusionen, das Verfahren dauert keinesfalls länger als bis Oktober 2004. Wenn Sie die Ereignisse nur einer Region in Bosnien oder in Kroatien aufklären, werden Sie nie beweisen können, wie übergreifend systematisch die Säuberungsaktion war. Aber genau darum geht es bei diesem Prozess. Wir haben die Richter kürzlich ausdrücklich gebeten, zu beurteilen, ob wir genug Material haben. Es gibt da nämlich keine Richtlinien. Sind zehn Dörfer genug oder vier Städte? Ich weiß es nicht. Und wenn zu wenige dargestellt werden, fällt die Anklage durch. Geoffrey Nice bleibt keine Wahl. Er muss die Anzahl der Zeugen verringern und dafür einflussreiche Persönlichkeiten vorladen, die Milosevic persönlich begegnet sind. Der britische Diplomat Paddy Ashdown war Leiter der Internationalen Überwachungskommission im Kosovo, die von der UNO mit Zustimmung der damaligen jugoslawischen Regierung eingesetzt wurde. Der Auftrag lautete, den Konflikt zwischen Serben und Albanern im Kosovo zu beobachten. Paddy Ashdown reiste oft nach Jugoslawien, um sich mit Slobodan Milosevic zu treffen. Im Frühjahr 1999 filmte er das Vorgehen der serbischen Armee. Bitte nehmen Sie Platz. Das sind natürlich Sie mit einem Fernglas. Auf was sehen wir hier? Sie sehen auf Dörfer, die etwa zwischen Suvareka und Budakovo liegen. Hier kann man die Dörfer klar erkennen. Ich denke, sie sind klar auszumachen. Es sind die Dörfer, die brennen. Wir blicken über das Suvareka-Tal und man erkennt unterschiedliche brennende Dörfer, am linken Rand und in der Bildmitte. Jetzt. Was war Ihr Eindruck über das Ausmaß der stattfindenden Zerstörung? Sie war sehr umfangreich. An jenem Tag zählte ich ungefähr 16 brennende Dörfer. Die Menschen waren verzweifelt. Ein absolut grauenvoller Anblick. Sie flohen vor dem Beschuss aus ihrem Dorf. Sie beschrieben den stets gleichen Ablauf so. Erst kamen die Drohungen, dann setzte Beschuss ein. Nach dem Beschuss rückten die serbischen Streitkräfte vor. Sie nennen sie serbisch. Ob es sich dabei um serbische Truppen oder die jugoslawische Armee handelte, weiß ich nicht. Die Aussage Ashtowns ist ungeheuer wertvoll, weil er sah, dass die Armee Häuser von Zivilisten angriff. Und er beobachtete es von Albanien aus, über die Grenze hinweg. Und sie wussten nicht, dass er dort war. Er überraschte sie. Sobald sie merkten, dass internationale Zeugen da waren, erkennt man es aus ihren Unterlagen. Sie achteten sehr darauf, nicht gefasst zu werden. Hier wussten sie nicht, dass er sie beobachtete, von hinten sogar. Und er sah die Armee im Einsatz. Das sind todsichere Beweise gegen sie. Milosevic beharrt darauf. Die serbischen Streitkräfte kämpften nur gegen die Kosovo-Befreiungsarmee UCK. In seinen Augen sind es Terroristen. Ich habe nie bestritten, dass es Übergriffe seitens der UCK gab und dass unschuldige Serben darunter leiden mussten. Doch das ist hier völlig unwichtig. Das zentrale Thema ist doch, dass das Vorgehen ihrer Armee an jenem Tag gegen internationales Recht verstieß. Auch dieses Ereignis ist hier völlig irrelevant gegenüber den Beweisen, die ich gegen sie vorbringe. Das eine geschah sechs Monate vor dem anderen. Tatsache ist, dass der eigentliche Zweck meines Besuches war, sie zu einer Haltung zu bewegen, die ein solches Eingreifen verhindert hätte. Ich sagte ihnen ohne Umschweife, dass das Eingreifen der internationalen Kräfte unumgänglich würde, wenn sie ihre Handlungen fortführten. Am Ende mussten sie eingreifen. Ich habe sie gewarnt und gesagt, sie würden, wenn sie auf ihrem Weg weitermachten, vor Gericht landen. Und hier sind sie. Und hier sind sie. Nein. Nein, mit diesem Punkt sind wir durch. Kommen wir zum nächsten Thema. Auch der amerikanische Diplomat William Walker gehörte zu den internationalen Beobachtern im Kosovo. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sagen werde und nichts als die Wahrheit. Setzen Sie sich bitte. Danke. William Walker besuchte das Dorf Ratschak im Kosovo unmittelbar, nachdem serbische Polizei, MUB und die Armee hier Albaner bekämpft hatten. Das Ereignis und Walkers Bericht führten zu NATO-Luftangriffen auf die serbische Armee im Kosovo. Wir passierten die erste Leiche, einen enthaupteten Mann, und kletterten ein felsiges Flussbett hoch. Dort stießen wir auf einen ganzen Haufen von Leichen. Ich folgerte, dass es sich bei den Toten um die Männer und Jungen handelte, die von MUB-Leuten gefangen genommen wurden. Dass man sie aus dem Dorf herausgeführt hatte und dass sie nun am darauf folgenden Morgen tot gefunden wurden. Ratschak wurde erfunden und ausgeführt von ehemaligen US-Leuten. Das waren Mitglieder der CIA und andere Leute. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Ein Erklärungsversuch, der dem Gericht unterbreitet wurde, bestand darin, man habe die Leichen irgendwie verkleidet, ihre Uniformen entwendet und ihnen Zivilkleidung angezogen. Ich halte diese Geschichte für lächerlich. Wir haben das Thema abgeschlossen. Wir haben das Thema abgeschlossen. Wenn Sie Behauptungen dieser Art aufstellen, müssen Sie diese auch belegen, mit Beweisen. Wir haben gehofft, der Angeklagte würde zugeben, dass Verbrechen begangen wurden, einfach um Zeit für weitere Beweisprüfungen zu gewinnen. Doch er versuchte, beinahe jeden Zeugen ins Kreuzverhör zu ziehen. Das ist Blut, meine ich. Welchen Eindruck hatten Sie von diesen vier persönlichen Begegnungen? Mein Eindruck war, hier habe ich es mit einem Menschen zu tun, der gewohnt ist, dass alles, was er sagt, sofort geschieht. Alles, was er sagt, sagt er mit absoluter Überzeugung. Können Sie weitere Beispiele nennen? Ich erinnere mich an eine Sache. Ich erhielt einen Brief aus seinem Außenministerium, in dem der Kommission mitgeteilt wurde, was wir in bestimmten Regionen zu tun und zu lassen hätten. Als ich also Milosevic traf, sprach ich ihn auf den Brief an, denn das war so nicht ausgemacht. Er sagte, welcher Brief? Es existiert kein solcher Brief. Ich hatte eine Kopie des Briefes bei mir und er sagte nur, ich habe den Brief nie gesehen. Er existiert nicht. Ja, Herr Milosevic? Der Zeuge soll zu der Anschuldigung Stellung nehmen. Wenn die Frage lautet, habe ich mich als Richter, Geschworener und Henker in einer Person betrachtet, so lautet meine Antwort, nein, das habe ich nicht. Der tschechische Ermittler Wladimir Džuro leitet Untersuchungen der Staatsanwaltschaft, zu denen Ostkroatien begangenen Verbrechen. Die Grenze zwischen Serbien und Kroatien ist hier die Donau. Wladimir leitet eine der langfristigen Nachforschungen im Auftrag des Gerichts. Er hilft mir vor Ort, mein Aktenwissen durch Anschauung zu vertiefen. Für einen Anwalt ist das sehr wichtig, der sonst nur liest oder Zeugenaussagen zu hören bekommt. In Kroatien wurden Kroaten von paramilitärischen serbischen Milizen verfolgt und ermordet. Die Probleme begannen, als paramilitärs in die Gegend eindrangen. Sie fingen sofort damit an, nicht Serben festzunehmen, sie einzusperren, zu schlagen und oft verschwanden sie auch. Wir haben eine ganze Reihe von Menschen, die nicht an Kämpfen beteiligt waren, aus Massengräbern geborgen. Oft waren es Alte und Frauen. Häufig wach man sie auch in Brunnen. Sie waren zu faul, Gräber zu graben. Man sollte nicht vergessen, Leichen beseitigen ist eine schwere Aufgabe. Jeder Militärführer wird ihnen bestätigen. Das Töten, gleich welcher Zahl von Menschen und das Beseitigen der Leichen sind für jede Armee ein großes Problem. Um die Stadt Vukovar zu erobern, vereinigte sich die jugoslawische Nationalarmee JNA mit den gefürchteten Paramilitärs. Die Belagerung von Vukovar dauerte bis zum 18. November. Während der dreimonatigen Belagerung wurde die Stadt durch den Beschuss der jugoslawischen Nationalarmee fast vollständig zerstört. Hunderte von Menschen starben. Beim Einmarsch der Armee wurden weitere hunderte Kroaten durch serbische Soldaten getötet. Die nicht-serbische Bevölkerung wurde wenige Tage danach aus der Stadt vertrieben. Die Anklageschrift hält fest, dass die Armee ihre kroatischen Gefangenen an serbische Paramilitärs nahe der Ovcara-Farm übergab. Einer nach dem anderen kamen die Busse hier an. Sie parkten vor dem Gebäude. Das Tor des Hangars stand offen und dort waren Soldaten aufgereiht mit Stöcken, Ketten und allem, was sie gerade gefunden haben. Der Bus hielt hier. Die Tür ging auf, die Menschen stiegen aus. Sie mussten alles, was sie bei sich hatten, Ausweise, Geld, was immer sie hatten, in eine Kiste legen und in den Hangar rennen. Auf dem Weg wurden sie geschlagen. Ist dies das Grab? Ja, das ist das Grab. Wir haben von hier keine Zeugenaussagen. Nein, nein. Was ich sage, beruht auf unseren Schätzungen, weil wir die Leichen gesehen haben. Sie wurden also gezwungen, sich am Rand aufzustellen, mit Blick nach hier, und wurden erschossen. Sie fielen ins Grab mit Füßen und Gesicht nach oben. Man sollte glauben, dass das am Ende des 20. Jahrhunderts unmöglich war. Man hat es niemals für möglich gehalten. Mordaktionen wie diese sind eine menschliche Spezialität zu allen Zeiten. Es besteht kein Grund, zu hoffen, dass das jemals aufhört. Für die Staatsanwaltschaft ist es schwer, Slobodan Milosevic nachzuweisen, dass er im Hintergrund der eigentliche Befehlshaber der paramilitärischen Truppen war. Doch neue Beweise und Zeugenummer 150 könnten vielleicht eine direkte Verbindung Milosevic zu einer der illegalen Einheiten aufdecken. Ich bitte den Zeugen zu vereidigen. Kapitän Dragan Vasilkovic war Anführer und Ausbilder serbischer Truppen in Kroatien. Er ist bereit, vor dem Gericht als Zeuge auszusagen, obwohl er selbst unter Anklage steht. Der Kanadier Dermond Groom leitet die Zeugenbefragung. Herr Vasilkovic nahmen Sie 1997 an einer Feier teil, die zu Ehren in der Roten Barretts stattfand? Ja, und dann war ich eine Medaille von 11. War Herr Milosevic bei dieser Feier anwesend? Ja. Ich bitte, Beweisstück 390 vorzuführen, eine Videokassette. Halt Sie, raus! Raus! Das Kula-Camp-Video zeigt Milosevic bei der Feier der Roten Barretts. Es belegt, dass er paramilitärische Truppen ins Leben rief, was er als legitimer Regierungschef nie hätte tun dürfen. Die Feier ist ein Jahrestreffen zu Ehren der Gründung der Roten Barretts im Jahr 1991 durch Milosevic. Kapitän Dragan Vasilkovic hat eine Aussage unterschrieben, in der er behauptet, die Befehle der Roten Barretts kamen direkt von der serbischen Führung, von Milosevic. Doch im Kreuzverhör ändert er seine Aussage vollständig. Kapitän, haben Sie mit Ihrem Verhalten keine Beziehung hatte die Landwirtschaft oder irgendeine Serbische in der höchsten Beziehung? Absolut nicht. Nein, nein, das kann gar nicht sein. Können Sie bitte den letzten Absatz Ihrer Aussage auf Seite 8 vorlesen? Hören Sie auf, legen Sie es einfach hin. Wollen Sie damit sagen, das ist ein gefälschtes Dokument? Einen Moment, Herr Grum, bedenken Sie, was Sie gerade tun. Sie zerstören die Glaubwürdigkeit des Zeugen. Ob Sie das wollen? Hatten Sie nach Ihrer Ankunft hier irgendeine Verbindung zu jemandem aus dem serbischen Sicherheitsdienst? Yes, I called Simatovic on his private phone this morning. 15 seconds just to tell him I'm alive, I'm here, you know, are you watching? And that's it. There was no discussion on any parts or whatever it is. And he says, I think you just said how it was. Keine weiteren Fragen. Weil der Zeuge Teile seiner Aussage bestreitet, muss der Richter seine gesamte Aussage neu bewerten. The best piece of evidence was. Der wichtigste Beweis der Anklage wurde vom denkbar schlechtesten Zeugen eingebracht. Ob er sein Vorgehen geplant hat oder ob er seine Meinung über Nacht geändert hat oder ob es eine Mischung aus beidem war, was änderte. Der Zeuge hätte nie vorgeladen werden dürfen. Wir waren gut. Unser Kreuzverhör war gut. Es war erfolgreich. Ich glaube, jeder, der das gesehen hat und der die Zeugenaussage gehört hat, kann meinen Worten da nur zustimmen. Slobodan Milosevic ist erschöpft von der großen Arbeitsbelastung. Die Gerichtsverhandlung wird oft vertagt wegen seiner Herzschwäche und hohem Blutdruck. Er ist krank, er ist sehr krank. Sein Leben ist gefährdet. Krankheiten sind meistens das Ergebnis von Überanstrengung. Die Verhandlungen des Gerichts gehen von 9 bis 16 Uhr. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass sein Leben in ihren Händen liegt. In ihren Händen. Nein, Herr Milosevic, wir haben Ihre Ansicht gehört und Sie haben die Antwort darauf bekommen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Dass der Angeklagte, wenn er weiß, das Gericht verfolgt einen festen Zeitplan, dass er dann die Kreuzverhöre möglichst weit ausdehnt, um die Zahl der Belastungszeugen, die gehört werden können, zu verringern. Wie wollen Sie ohne die Unterstützung von Anwälten in dem Verfahren zurechtkommen? Da Slobodan Milosevic das Gericht ablehnt, berufen die Richter die britischen Anwälte Stephen Kaye und Julian Higgins zu seinen außerordentlichen Beratern. Sie sollen dafür sorgen, dass der Angeklagte einen fairen Prozess bekommt, dass Beweise, die für ihn sprechen, berücksichtigt werden. Im Rückblick muss ein Verfahren fair gewesen sein. Bei einem Verfahren dieser Größenordnung kann es das nicht sein, wenn ein einzelner Mann sich alleine vertreten muss. Es gibt weitreichende rechtliche Aspekte und schwierige Beweismomente, die zu verhandeln, Erfahrung und juristisches Geschick verlangen. Sie schlagen vor, ihm Pflichtverteidiger zur Seite zu stellen und sie sagen, wir sollen das machen. Wie sehen Sie unsere Position? Er will sich selbst vertreten und hat dazu offensichtlich auch das Recht. Unsere Berufung zu Pflichtverteidigern durch das Gericht hebt dieses Recht auf. Wenn sein Gesundheitszustand ihm nicht erlaubt, weiterzumachen, sehe ich keine andere Wahl für die Kammer. Anderenfalls müsste sie die Verhandlungen auf unbegrenzte Zeit aussetzen. Sloboda Milosevic setzt seine Verzögerungstaktik fort. Geoffrey Neiss überlegt, auf welche Zeugen er verzichten kann. Ihm läuft die Zeit davon. Im Grunde genommen ist das die Zeit, die man uns für Bosnien zugesteht. Dagegen steht, wie viel Zeit wir brauchen, um auch nur die Mindestumstände zu belegen. Sie sehen, die Zeit reicht einfach nicht. Die Aufgabe ist schwer und das Schwierigste ist, sich mit der Sache des Falls eingehend vertraut zu machen, weil man mit so vielem anderen beschäftigt ist, hauptsächlich mit Verfahrensfragen. Da fällt es schwer, sich auf die Beweislage zu konzentrieren. Ich denke, die veränderte Strategie der Anklage, gewichtige Zeugen bevorzugt vorzuladen, hängt direkt mit dem Zeitmangel zusammen. Es ist wichtig, entscheidende Beweise zu einem früheren Zeitpunkt in die Verhandlung einzuführen. Die Zeitfrage erfordert, dass wir uns nach der Decke strecken müssen. Sie sollten die Befehls- und Führungsstrukturen unter die Lupe nehmen. Beim Militär, dem Paramilitärs und dem, was sich darunter abspielte. Joffrey Neiss entscheidet sich bewusst, ein Risiko einzugehen. Er ruft einen Mann in den Zeugenstand, der zu Milosevic's engstem Kreis gehört und der dem Angeklagten treu ergeben ist. Herr Markowitsch, waren Sie offiziell der Leiter des Staatssicherheitsdienstes für Serbien? Ja, ich bin in Serbien. Sie stehen in Serbien zur Zeit vor Gericht unter der Anklage des mehrfachen Mordes? Ja. Sie haben uns über das vereinte Kommando und das politische Komitee, das dieses überwachte, erzählt. Wie oft tagte das Komitee? Wer hatte den Vorsitz? Haben Sie jemals dem Angeklagten persönlich berichtet? Der Zeuge belastete Milosevic schwer durch seine Aussage zu den Befehls- und Berichtswegen. Joffrey Neiss will Radomir Markowitsch einen Schritt weiterführen. Bitte spielen Sie das Video ab. In Serbien taucht in der Donau ein Kühltransporter auf. Darin befinden sich die Leichen von Albanern. Sie wurden aus Massengräbern im Kosovo ausgegraben und sollten nach Serbien umgebettet werden. Die Beweise legen nahe, dass Milosevic hierzu den Befehl gab. Wenn Sie einen Oberkommandierenden haben, der Leichen entfernen lässt, sie nicht einfach an Ort und Stelle beerdigen lässt, sondern der sie abtransportieren lässt an einen Ort in einer Entfernung wie Den Haag zu Luxemburg, der glaubt doch selbst nicht, dass er legal handelt, oder? Herr Markowitsch, dies ist eine Aussage, die Sie gemacht haben. Auf jeder Seite des Originalprotokolls befindet sich Ihre Unterschrift. Die Aussage bezieht sich auf ein Treffen zwischen Milosevic und einigen seiner Minister. Diskutiert wurde die Überführung albanischer Leichen aus dem Kosovo nach Albanien. Milosevic gab also den Befehl, alle erforderlichen Massnahmen zu treffen, die Leichen albanischer Zivilisten fortzuschaffen. Dein Zeugen wie Markowitsch rufen wir, weil wir davon ausgehen, alles, was er uns sagt, ist richtig. Im Gegenteil, wir befragen ihn nur zu einzelnen Teilaspekten. Wir wissen, dass er sich im Kreuzverhör vielleicht verpflichtet fühlt, alle möglichen Dinge zu sagen, die den Angeklagten entlasten. Ich habe keine Angst vor Zeugen, denn wir kämpfen für die Wahrheit. Die Anklagebehörde hat einen Antrag auf Fristverlängerung gestellt. Joffrey Nys glaubt, die Richter geben Milosevic zu viel Zeit für das Kreuzverhör. Die Richter erlauben regelmäßig Kreuzverhör. Das ist ihre Entscheidung. Gut, aber dann müssen sie uns auch die Zeit geben, darauf einzugehen, denn sonst kann man von uns nicht erwarten, dass wir den Fall beweisen. Wir sind nicht besorgt. Ich persönlich zweifle nicht an der Verurteilung. Ich suche sie zu erreichen, weil sie das Ziel meiner, unserer Klage ist. Nein, ich bin nicht besorgt. Ich sorge mich, dass das Ergebnis richtig ist. Und je weniger Zeugenaussagen stattfinden, desto größer ist das Risiko. Je mehr Beweise, desto eher der Erfolg. Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass es im Sinne der Gerechtigkeit ist, der Anklage vom 16. Mai an 100 Tage zur Verfügung zu stellen, um weitere Beweise vorzubringen. Slobodan Milosevic teilt die Zelle im Gefängnis mit weiteren Häftlingen. Einer von ihnen bekennt sich schuldig. Er wird zu einem wichtigen Zeugen der Anklage. Die deutsche Anwältin Hildegard Urz-Retzlaff will den Insider-Zeugen verhören. Er besitzt Wissen aus erster Hand über die Befehlswege auf serbischer Seite im Kosovo-Konflikt. Seine Identität wird vor Gericht geschützt. Existierte eine klar definierte Befehlsstruktur. Er ist das, Herr Kostner? Das Herr Milosevic war Oberbefehlshaber der jugoslawischen Nationalen Volksarmee. Der bosnische Staatssicherheitsdienst hat dem Gericht Mitschnitte von Telefongesprächen übergeben. Sie handeln von Waffenlieferungen an die bosnischen Serben während des Bosnienkrieges. Wir spielen das bis zu Ende. Haben Sie die Stimmen der beiden sprechenden Personen erkannt? Das reicht für diesen Mitschnitt. Tatsächlich hat der Zeuge 50 Mitschnitte von Gesprächen zwischen hochrangigen Politikern angehört. Ein solcher Zeuge ist wertvoll. Er kann die Stimmen erklären und kennt auch den Kontext der Gespräche. Er sagt zum Beispiel, wenn Sie über Decken sprechen, meinen Sie eigentlich Waffen. Zunächst eine Frage. Herr Zeuge, war es auch üblich unter Politikern untereinander Waffen als Decke, Medikamente oder ähnliches zu bezeichnen? Ja, ja, blagoschifrieren, natürlich. Gab es weitere Tarnamen für Waffen außer Decken und Medizin? Brasno, Schrecher, Batterie. Danke. Wenn es Brasno, zum Beispiel, benutzt für Munizien, was sie benutzt für Brasno benutzt? Ich habe auch etwas von Ihnen. Brasno, es ist nicht so gut. Brasno, aber es ist ein blagoschifrieren, das ist ein Problem, das ist an оружie, das ist, was sie benutzt für HDZ-A. Der Zeuge entschließt sich, seine Identität preiszugeben. Sein Name Milan Babic. Er führte die serbische Enklave in Kroatien und wurde von Milošević unterstützt. Die Aussage des Zeugen macht Milošević zum Mittäter bei den Verbrechen, die Serben und die jugoslawische Volksarmee in Bosnien begingen. Sloboda Milošević kontert. Er greift die Glaubwürdigkeit des Zeugen an. Lassen Sie den Zeugen. Wenn Sie eine Frage zu Beweis 44 haben, fragen Sie. Sonst macht es keinen Sinn. Herr Milan Babic sagt, man ist ein wichtiger Insider. Das ist einfach lächerlich. Seine Aussage geht gegen seine eigenen Leute, gegen seine Großväter, seine Kinder und seine Enkel. Sie richtet sich gegen die Vergangenheit und die Zukunft des serbischen Volkes. Sie richtet sich nicht gegen Herrn Milošević. Er war nicht gegen Herrn Milošević. Der serbische Premierminister Soran Djinjic wird ermordet. Er war es, der Sloboda Milošević an den Gerichtshof nach Den Haag auslieferte. Die serbischen Behörden verhaften tausende von Menschen auf der Suche nach den Tätern. Ehrlich, das ist ein Saustall. Ein großer Saustall. Die Situation ist sehr schlecht, was unseren Fall angeht. Wir haben so viele Probleme, weil die meisten Menschen, die uns jetzt helfen möchten, im Gefängnis sitzen. Warum? Das weiß ich wirklich nicht. Was für? Ich weiß wirklich nicht. Sie ist ein Mensch, Mira Markovic. Sie flieht und entzieht sich so der Strafverfolgung. Er braucht seine Frau. Sie ist nicht nur seine Frau, sie ist sein bester Freund. Ein Freund fürs Leben. Das ist für jeden Menschen wichtig. Ich besuche meinen Mann einmal im Monat. Doch ich darf ihn nur an drei Tagen sehen. Der einzige Weg, einen Gegner wie ihn loszuwerden, ist ihn körperlich und biologisch zu vernichten. Das ist normalerweise nicht die Art, wie man einen Staatsoberhaupt behandelt. Moment. Ereignisse in Belgrad haben mit diesem Verfahren nichts zu tun. Falls sie einen direkten Einfluss auf den Prozess nehmen, werden wir uns selbstverständlich damit befassen. Doch aus dem, was sie vorbringen, geht das nicht hervor. Der Staatsanwaltschaft läuft die Zeit davon. Sie wartet auf dringend benötigte Urkunden aus Belgrad. Doch die serbische Regierung hat noch nicht reagiert. Guten Morgen. Meine heutige Darlegung erfolgt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der jugoslawische Außenminister, nachdem wir uns auf eine Kontaktaufnahme geeinigt hatten, nicht mit mir sprechen wollte. Nur so viel zum Thema offener Dialog. Es ist völlig klar, uns bleiben nur noch wenige Monate, um die Beweisführung gegen den Angeklagten Milosevic abzuschließen. Und seit fünf, sechs Monaten ist unsere Anfrage nach den Dokumenten unbeantwortet geblieben. Die richtigen Dokumente würden ein besseres, ein sehr viel besseres Urteil erlauben, eines, das auch Bestand haben kann. Wir müssen dann noch die Januarzeiten berücksichtigen. Sabina, sagen Sie doch mehr dazu. Bill. Zwei verweigern die Aussage. Wichtig oder unwichtige Zeugen? Sie kommen aus bestimmten Regionen. Die Zeugenliste ist sehr zusammengestrichen worden und wenn wir jetzt heikle Zeugen verlieren... Welche Gründe nennen Sie für Ihre Absage? Der eine sagt, seine Tochter wird in Belgrad in der Schule bedroht. Der andere will einfach nicht kommen und zu diesem Fall aussagen. Wir haben einige Zeugen dadurch verloren, dass sie für uns nicht verfügbar waren. Sie wurden bedroht oder waren Repressalien ausgesetzt. In solchen Fällen besitzt das Gericht kaum Befugnisse, sie zur Aussage zu zwingen. Und ehrlich gesagt, wer will das denn? Wenn sie infolge ihrer Aussage angegriffen, verletzt oder gar getötet werden, dann sollten sie lieber nicht aussagen. Die Schuld liegt bei den Menschen, die sie bedrohen. Nur noch wenige Monate Zeit. Und noch immer fehlt der Anklage der entscheidende Beweis. Das Gericht steht vor der Verhandlung des schwersten aller Verbrechen. Völkermord. Gibt es noch ausstehende Anträge? Reichen wir heute den Antrag auf Völkermord ein, Melissa? Ja, ich habe ihn gestern Nacht noch an Gavin geschickt. Ich bin nicht hier, um mit aller Macht eine Verurteilung wegen Völkermords zu erreichen. Viel wichtiger ist in unserem Fall, zu Urteilen zu kommen, die unter eingehender Prüfung, sei es durch Anwälte oder durch andere Personen, langfristig Bestand haben. Sommer 2003. Ankläger Joffrey Nais ruft einen serbischen Soldaten in den Zeugenstand, der während des dort verübten Massakers in Srebrenica war. Er ist der erste Zeuge, der eine direkte Beteiligung an den Morden zugab. Das Gericht hat ihn deswegen verurteilt. Er wird bedroht und steht unter Zeugenschutz. Nach der Übernahme von Srebrenica, waren da Sie und andere Ihrer Einheit bei der Ermordung von Menschen beteiligt? Kam dabei ein Maschinengewehr zum Einsatz, das dann als ineffektiv erachtet wurde, da es die Menschen verstümmelte, die dann mit Pistolen erschossen werden mussten? Ja. Euer Ehrenbeweisstück 7, ein Videoclip. Sommer 1995. General Ratko Mladic in der bosnischen Stadt Srebrenica. General Ratko Mladic war Kommandeur der serbischen Armee in Bosnien, zur Zeit des Massakers in Srebrenica. Das Gericht in Den Haag sucht ihn als Kriegsverbrecher. General Mladic ist auf der Flucht. Ich werde mich auf Orte beschränken, an denen etwas Wesentliches geschehen ist. Hier handelt es sich um die am stärksten verminten Gebiete Bosniens. Der australische Ermittler Dean Manning leitet die Nachforschungen des Gerichts in Srebrenica. Er begleitet Joffrey Nice auf einer Inspektionsreise. Im Sommer 1995 wurden in und bei Srebrenica beinahe 8000 Männer ermordet. Es ist das größte Massaker in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist die alte Straße nach Srebrenica. Obwohl wir Belastungszeugen zu einer enormen Menge an Material aufgetrieben haben, ist doch eins offensichtlich. Gemessen an der Zahl der vergrabenen Leichen und besonders der umgebetteten Leichen, müssen hunderte von Menschen ganz genau wissen, was hier geschehen ist. Als sie die Körper abtransportiert haben, aus diesem und aus zehn weiteren Massengräbern mussten sie Straßen absperren. Sie mussten die verwesenden Leichen durch größere Orte und Städte dirigieren. Das ging so weit, dass am nächsten Morgen Kinder auf dem Schulweg Leichenteile einsammelten und bei der Polizeistation ablieferten. Bei der Größenordnung der Aktion in der kurzen Zeit mussten sie es gewusst haben. Hier wurden fast 1000 Männer ermordet. Die Einschusslöcher in der Wand gegenüber der Tür und die Einschusslöcher, die sie draußen sehen, sind Spuren von Gruppenfeuer quer durch das Gebäude und mit dem sie die Männer in das Gebäude hineintrieben. Sie warfen auch von außen Handgranaten durch die Fenster und töteten so die Menschen. Als sie alle, die hier drinnen waren, getötet hatten, brachten sie eine große Maschine rein, einen Bagger. Sie brachten das Tor auf, schaufelten die Leichen auf einen Haufen, kippten sie draußen auf einen Lastwagen und schafften sie zu einem Massengrab, acht Kilometer entfernt. Bei einigen der Spuren hier handelt es sich nicht um Schmutz, es sind Blutflecken und Fleischwetzen, Spuren von Menschen. Dean hat es erklärt. Mit gerichtsmedizinischen Methoden können alle denkbaren, eindeutigen Beweise für das erbracht werden, was hier geschah. Der Angeklagte stellt das immer wieder in Frage. Selbstverständlich besitzen wir alle gerichtsmedizinischen, wissenschaftlichen und sonstigen untersuchungsrelevanten Möglichkeiten, um es zu beweisen. Doch das kostet Zeit und wir haben nur wenig Zeit. Vielleicht verschwendet der Angeklagte deshalb unsere Zeit und zwingt uns zu beweisen. Diese Häuser waren damals bewohnt, niemand hat etwas gehört oder gesehen. Eine Mauer des Schweigens trennt uns von den besten und naheliegendsten Beweisen gegen die politische und militärische Führungsspitze des Krieges. Ich zweifle, ob wir je einen Zeugen bekommen, der uns freiwillig die ganze Wahrheit darüber berichtet, wie die Entscheidungen in Bosnien wirklich getroffen und umgesetzt wurden. Tatsache ist, wir haben die besten Beweise noch nicht gefunden und vielleicht finden wir sie nie. Im Namen Gottes des Barmherzigen, der mit allen Mitleid fühlt, zu dir, Herrgott, beten wir. Möge Trauer zu Hoffnung werden, Rache zu Gerechtigkeit und die Tränen der Mütter zu gebeten, damit Srebrenica nie wieder geschieht. Keine Menschen, nirgendwo auf der Erde. Die Völkermordanklage gegen Milosevic lautet auf, Unterstützung der bosnischen Serben und von General Ratko Mladic im Bosnienkrieg. Niemand will sagen, dass in Bosnien keine fürchterlichen Dinge passiert sind. Doch wir reden hier über Völkermord. Starben sie in den Kämpfen oder geht es hier um Hinrichtungen? Niemand aus Serbien war dabei. Besonders Herr Milosevic nicht. Er hat nichts davon gewusst. Er passt genau mit dem oberen Türrahmen zusammen, nicht wahr? Wir fanden haargenau die Vordertür des Gebäudes und die Vordertür des Lagerhauses bei den Gräbern von Glukowa, sodass wir die Schäden der Tür denen am Lagerhaus zuordnen könnten. Herr Manning, haben Sie gesagt, wie viele Bräder diese Leute in der Zeit oder während der Zeit verletzt wurden? Dazu gab es keine Hinweise. Doch bei der Mehrzahl der Gräber, besonders der, die im Originalzustand waren, existierten deutliche Spuren von Fesseln und Augenbinden. Es gab auch Hinweise auf Verschießungen vor Ort, das heißt im Grab oder direkt daneben. Aber die Hauptfrage lautet, ist das Völkermord? Ist das Völkermord? Wir sagen die ganze Zeit, es ist kein Völkermord, weil das, was in Srebrenica geschehen ist, nicht unter den Begriff des Völkermords fällt. Theoretisch. Die Kernfrage ist die nach der Führungsverantwortung für das, was in Bosnien geschah. Besaß er wirklich die Kontrolle über die Truppen von Bladic und Karadzic? Hatte er sie wirklich? Hätte er sie aufhalten können? Wie weit ging die Verantwortung, falls er welche hatte? Ja. Das ist schwer zu beantworten. Was ist unsere Rolle? Wir treiben seine Sache voran und arbeiten für ihn auf einen Freispruch hin. Darauf will er nämlich unbedingt hinaus. Übrigens, Wesley Clark kommt. Ich kenne sein Buch. Ja, ich habe es dabei. General Wesley Clark war US-Repräsentant bei den Friedensverhandlungen von Dayton, kurz nach dem Massaker in Srebrenica. Im Dezember 2003 sagt er vor dem Gericht über sein Zusammentreffen mit Milosevic aus. Euer Ehren, ich gelobe feierlich die Wahrheit zu sagen. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Danke. Bitte nehmen Sie Platz. War ein Thema Ihrer Gespräche, wer die bosnische Seite bei den Friedensverhandlungen vertreten sollte? Und falls ja, wie reagierte der Angeklagte auf diese Frage? Ja, um diese Frage, diese Problematik ging es. Wir wollten das mit Slobodan Milosevic klären. Also fragte ich ihn, sollen wir mit Ihnen verhandeln oder mit den bosnischen Serben? Daraufhin sagte Präsident Milosevic, mit mir natürlich. Das schien in der Angelegenheit unwahrscheinlich. Er war der Präsident eines anderen Landes. Also fragte ich ihn direkt, Herr Präsident, Sie sagen, Sie hätten so großen Einfluss auf die bosnischen Serben. Aber wie ist das zu verstehen? Wenn Sie so viel Einfluss besitzen, wie kann es dann geschehen, dass Sie General Mladic erlaubt haben, all diese Menschen in Srebrenica zu töten? Milosevic sah mich an. Dann sagte er, na ja, General Clark, ich habe Mladic gewarnt, es nicht zu tun. Aber er hörte nicht auf mich. Seine Antwort war also, dass er es im Voraus wusste. Er bewegte sich auf dem schmalen Grat zwischen der Aussage, er sei mächtig und einflussreich genug, es zu wissen, und dem Versuch, die Verantwortung für die Tat von sich zu weisen. General Clark, das ist eine notwendige Lage. Erstens, dass wir mit den Srebrenica nicht gesprochen haben, Der Zeuge kennt die Befehle nicht, die sie General Mladic gegeben haben. Er kann keine Fragen dazu beantworten. Es war unmöglich zu begreifen, warum Milosevic den bosnischen Serben seine Unterstützung nicht eher entzog. Hätte er es getan, wären Dinge wie Srebrenica nie geschehen. Der Angeklagte ist nicht anwesend. Der Angeklagte befindet sich nicht im Gericht. Er wird diese Woche nicht anwesend sein können. Es fällt auf, dass er bereits drei Sitzungen wegen seiner Gesundheitsprobleme versäumt hat. Jedes Mal, nachdem besonders belastendes Material gegen ihn vorgebracht wurde. Und er besteht darauf, seine Verteidigung selbst zu führen. In einer Art und Weise, die nach ärztlichen Gesichtspunkten sicher nicht die gesündeste ist. Ein Sprichwort unter Juristen lautet, ein Mensch, der sich vor Gericht selbst verteidigt, hat einen Narren zum Klienten. Er ist sehr krank. Wir brauchen ihn gesund und in Hochform, um für die Wahrheit zu kämpfen. Sie müssen auf ihn Rücksicht nehmen. Sie müssen den Rhythmus der Verhandlung auf ihn abstellen. Und andernfalls weiß ich nicht. Sonst, ich weiß es nicht, was geschieht. Jede Erkrankung könnte im jetzigen Stadium des Falls einschneidende Folgen für den Prozess haben. Ich fürchte vermutlich sogar für seinen Fortbestand. Frühjahr 2004. Der Vorsitzende Richter Richard May geht nach zwei Prozessjahren aus Gesundheitsgründen in den Ruhestand. Kurz darauf stirbt er. Richter Patrick Robinson aus Jamaika führt den Prozess fort. Die Anklage kündigt früher als erwartet ihr Plädoyer an. Wir haben entschieden, dass es wichtig ist, das Plädoyer zum frühesten geeigneten Zeitpunkt abzuschließen, damit der Angeklagte seinen Fall bearbeiten und sein Plädoyer vorbereiten kann. Wir mussten in der Tat ein paar Tage abgeben. Das muss so gesagt werden, aber wir mussten diese Entscheidung fällen. Vielleicht sollte ich meine Haltung gegenüber dem Gesundheitszustand von Herrn Milošević überdenken. Ich kann diesem Fall nicht auf unbestimmte Zeit einen Teil meines verbleibenden Arbeitslebens widmen. Ich weiß es nicht, aber wenn Sie fragen, ob das Ganze je ein Ende findet, ich beginne ernsthaft daran zu zweifeln. Im Sommer 2004 ist Milošević oft krank. Richter und Staatsanwälte sehen den Fall ernsthaft gefährdet. Die Ankläger drängen das Gericht, Pflichtverteidiger einzusetzen, auch gegen die Zustimmung des Angeklagten. Wenn Sie einen blinden Angeklagten haben, der sagt, ich will mich selbst verteidigen, dann sagen Sie nicht, das ist keine gute Idee. Sie sagen, das ist unmöglich. Sie brauchen mindestens einen Sekretär. Und Sie brauchen einen guten Anwalt. Und wenn Sie nicht Vernunft annehmen, übernehmen wir den Fall für Sie. Das Gleiche gilt für diesen Fall. Bei allem Respekt. Es ist entschieden an der Zeit, den Angeklagten durch Pflichtverteidiger in seinem Fall zu unterstützen. Sein Gesundheitszustand hat z.B. hat sich in den vergangenen 5 Monaten ständig verschlechtert. Es ist vielleicht an der Zeit, für das Gericht nachzudenken, ob sein Zustand eine Fortführung des Strafprozesses zulässt. Das Recht des Angeklagten, sich selbst zu verteidigen, gilt nicht unangeschränkt. Es ist juristisch und im Sinne der Gerechtigkeit richtig, Pflichtverteidiger zu bestellen. Der Rechtspfleger soll daher in erster Instanz die Berufung von Herrn Kay und Frau Higgins sicherstellen. Wir haben von Beginn der Verhandlung angekämpft, dass er sein Recht, sich selbst zu verteidigen, ausüben kann. Doch ich glaube nicht, dass die Richter mit der Verantwortung leben möchten, dass man sagt, er starb während der Verhandlung. Das könnte aber geschehen, wenn sie ihn weiter wie bisher arbeiten lassen, statt ihm Arbeit abzunehmen. Wenn jemand das Gericht nicht anerkennt, darf man dann sagen, okay, wir töten ihn, oder wir sprechen ihm seine Rechte ab. Wir wollen, dass ihm das Recht, sich selbst zu verteidigen, zurückgegeben wird. Wenn das Gericht das nicht akzeptiert, wozu reden wir dann eigentlich noch? Über einen fairen Prozess? Es gibt keinen fairen Prozess mehr, ganz einfach. Herr Kay, Sie leiten in Ihrer neuen Rolle als Pflichtverteidiger die Zeugenbefragung. Danke, Euer Ehren. Gestern versuchte ich vergeblich, ihn zur verabredeten Zeit in den Räumen der Verteidigung aufzusuchen. Haben Sie versucht, mit ihm in Kontakt zu treten? Er lehnte ab, uns zu empfangen. Ja, Herr Milosiewicz. Herr Milosiewicz, Sachverhalte, die wir bereits abgehandelt haben, werden wir nicht noch einmal aufgreifen. Ich mag das nicht und werde es nicht zulassen. Herr Robinson, ich insiste, dass Sie mein Recht auf die Verabredung verabredet haben. Ich muss Sie unterbrechen. Sie haben bereits angedeutet, dass Sie gegen die Entscheidung Berufung einlegen werden. Das ist Ihr gutes Recht. Wir haben Sie gewarnt. Wir haben vorhergesagt, dass das so kommen würde. Das Ziel ist nicht ein schneller, zügiger Prozess. Es muss fair bleiben. Und wenn man die Fairness rauslässt, um ein zügiges Verfahren zu haben, wie es, denke ich, bei dieser Entscheidung der Fall war, dann ist das kein fairer Prozess. Die frisch ernannten Pflichtverteidiger bringen für Milosiewicz einen Berufungsantrag ein. Im Interesse Ihres Klienten müssen sie das Gericht dazu bewegen, sie wieder abzuberufen. Er hat meine Berufung und die von Frau Higgins als Pflichtverteidiger eindeutig abgelehnt. Er will keine Pflichtverteidiger. Also ist es unsere Pflicht, das für ihn durchzusetzen. Dass das Gericht Pflichtverteidiger ernannt hat, ändert nichts. Sie können seine Rechte nicht außer Kraft setzen, auch nicht meine Pflicht ihm gegenüber. Was um Gottes Willen hätte man in Nürnberg darüber gedacht? Es ist der reinste Kindergarten. Die Pflichtverteidiger gewinnen die Berufung. Doch das Gericht behält die Anwälte bei für den Fall, dass Milosiewicz erneut krank wird. Sie arbeiten wie zuvor weiter als Gerichtsberater für den Angeklagten. Der Milosiewicz-Prozess nimmt eine neue Wende. Der Angeklagte geht zum Angriff über. Herbst 2004. Nach zweieinhalb Jahren Prozessdauer, 352 Belastungszeugen und 100.000 Seiten schriftlicher Beweisführung beginnt Slobodan Milosiewicz mit seiner Verteidigung. Der Milosiewicz-Prozess ist die Angeklagten und 100.000 Seiten. fundamentalisten und albanischen Terroristen. Es ist schwierig, zu zeigen, aber Sie sehen, wie es passieren wird, dass Bratoubilački Rat in den Prostorien der früheren Jugoslavi inizierte und in den Krieg auf dem Westen genau die, die diesen Farsich-Sud haben, den Nemačka, Vatikan und die jedne Länder. Milošević ruft zunächst serbische Experten auf, Rechtsgelehrte und Historiker. Einer von ihnen ist Mihajlo Marković, Mitglied der Serbischen Akademie der Wissenschaft. Setzen Sie sich. Da bi ih isterali iz pokrajine. Šta možete o tome da kažete, ali vrlo kratko, molim vas. Oni koji su odbijeli da to učine, njima su ubijali stoku, ili su im dolazili i uzimali u sebe, ili su im pretili, ili bilo je i slučaje vasilovanja, i to je natralo desetine hiljada Srba da zaista u tom periodu oduskos. Da li je vama poznato da je neko u vlasti Srbije, a pre svega ja, vodio politiku nacionalne netolerancije ili neku politiku etničkog čišćenja? Politika Srbije tada bila Slavenko Terzic Slavenko Terzic ist serbischer Historiker und Spezialist für die Geschichte des Kosovo. Auch er ist Mitglied der Serbischen Akademie der Wissenschaft. Vjerovanskog ideje Pišete o podršci Austro-Ugarske, onda Fašističke Italije, onda Nacističke Nemačke, i danas NATO Saveza i nekih drugih sila. Pod uticajem velikeh sila uglavnom imaju ambiciju da stvore veliku albansku državu i time ugrožavaju praktično sve sousedne države i narode. i Cernogoru i Srbiju i Makedoniju i Grčku. Verraten Sie uns, Sie sprachen von hunderttausenden serbischen Opfern. Wie viele Opfer auf Kosovo-albanischer Seite stehen in Ihrem speziellen Fall dagegen? Ja svedočimo jednom periodo tristotine godina. Ja nisam istraživač, kojne terreno istražuje konkrete Svrtve. Ja se nisam slagao i danas se neslažem o tome, da su Srbi byli agressori u svojoj Republici. To je bila suštine. Smilja Abmarov aus Belgrad ist Juraprofessorin im Ruhestand. Existiert außer der Begründung, Serben seien Opfer der Geschichte gewesen. Irgendein anderer Beweggrund, der die Idee rechtfertigt, dass sie alle in einem Staat leben sollten, koste es, was es wolle? live in one state at whatever cost to others. in recent Serbian history. Sind Sie immer noch die Zahlenzüge? Radko Marković, Geschichtsprofessor und ehemaliger Vizepremierminister von Serbien. Guten Morgen, Prof. Marković. Guten Morgen, Herr Präsident. Guten Morgen. Ein großer Menschheit hat sich verloren, aber ich glaube, dass das Bild nicht verloren ist. Die Lande hat seine Stimme gezeigt. Aber ich glaube, dass die Serbien auch solche Dinge haben, weil sie immer noch eine andere Stimme haben. Welche Nation hat im Kosovo am meisten gelitten? Waren es nicht die Kosovo-Albaner, die für die serbische Würde leiden mussten? Ich glaube, dass die serbische Nationalität größer ist, weil die serbische Nationalität drei Jahre lang ist. Verzeihen Sie mir, ich versuche es einfacher zu formulieren. Im Kosovo-Konflikt. Haben da mehr Kosovo-Albaner ihr Leben gelassen oder mehr Serben? Herr Neiss, ich habe keine Stimme verabschiedet. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Kosta Bulatović. Er organisierte serbische Demonstrationen im Kosovo gegen Kosovo-Albaner. Vielen Dank. Dabar Danu, Gospodine Bulatović. Dabar Danu, Gospodine Prijes transport. Spanje Bulatović, Sie haben Sie sich für einen Mann, ein 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 serbische Schuld, soweit sie bewiesen werden konnte, durch die serbischen Nationalinteressen gerechtfertigt war? Am Tag darauf, im April 2005, erkrankt Slobodan Milosevic erneut. Wir tagen heute ohne den Angeklagten. Wir wurden davon in Kenntnis gesetzt, dass der Angeklagte erkrankt ist. Herr Bulatovic, machen Sie Ihre Aussage. Herr Neiss, bitte fahren Sie fort. Ja, Herr Bulatovic. Herr Bulatovic, Herr Milosevic ist erkrankt. Es gibt einen Pflichtverteidiger. Dieser Pflichtverteidiger repräsentiert Herrn Milosevic. Also beschließt das Gericht, dass ihre Zeugenaussage stattfinden wird. Die Trial Chamber's ruling is that your testimony will be completed. A bezprisusta, gospodina Milosevic, ja nikako ne prihvatam, bilo kako ispitivanie. Morate me shvatiti, to bi za mene bio poraz, sramota, a ja smrt više voli, nego sramotu da nosi kući. Dann muss ich sehr deutlich werden. Sie machen sich der Missachtung dieses Gerichts schuldig. Kosta Bulatovic erhielt eine Gefängnisstrafe von vier Monaten. Wir haben jetzt ein Drittel der vorgegebenen Zeit hinter uns und sind immer noch beim Thema Kosovo. Er braucht tatsächlich mehr Zeit, doch der Fall kann nicht ewig dauern. Wir werden voraussichtlich um Ostern 2006 fertig sein. Jetzt haben wir Mai 2005. Ich meine, wir sind ja immer noch beim Thema Kosovo. Der nächste Zeuge, Herr Milosevic. Milosevic ruft seinen ehemaligen Vizepräsidenten Vojislav Cechel auf. Der extreme Nationalist ist ebenfalls als Kriegsverbrecher angeklagt und sitzt im selben Gefängnis wie Milosevic. Er gehorcht niemanden, weder vor Gericht noch irgendwo sonst. So ist Vojislav Cechel. So ist er. Doch was wir brauchten, sind Gesetze, die wahr sind. Ich habe nicht mehr unter Kontrollen, Herr Milosevic. Und ich habe mich nicht mehr, Herr Milosevic, in der politische Leben, was ich selbst nicht beantwärt. Das ist für mich. Was Herr Nais hier hat, wie es die Zeit, während ich bin Präsident, und ein Moment, Herr Schäsel, Präsident Republikum, hat er zu verabschieden, hat der Fall in Srebrenica gegründet, die in Srebrenica gegründet haben, dass die Storen alles organisiert haben, Miloshević war niemals Nationalist. Das kann ihm niemand nachsagen. Das war er nicht und das ist der wesentliche Kern von Czesheys Aussage. Er sah sich jedoch während der ganzen Jahre mit sehr, sehr starkem Nationalismus in Serbien konfrontiert. Das übte einen enormen Druck auf ihn und seine Politik aus. Wir wissen natürlich, dass Miloshević, sagen wir mal, für eine begrenzte Zeit keinen offiziellen Kontakt zu diesem Mann hatte. Aber er hielt ihn auch nicht auf. Wir haben es immer gesagt. Im Gegenteil. Er kam an die Macht und wusste, bei allem was er tat, dass all diese Dinge geschahen und er hat das, offen gesagt, für sich instrumentalisiert. Czesheys Reden, Czesheys Taten schürten den Hass. Sie veränderten das Denken und das gefiel Miloshević sogar sehr. Erkennen Sie das Gericht als ein verfassungsmäßiges Organ an, ja oder nein? Möchten Sie uns bitte die letzten Zeilen auf Serbisch vorlesen? Erkennen Sie das Gericht in Serbien. Er war ein schrecklicher Mensch und auch ein schrecklicher Zeuge. Aber da kam auch viel zur Sprache, was gegen den Angeklagten ging. Und so gesehen war es für die Wahrheitsfindung sehr aufschlussreich. Wir selbst hätten keinen interessanteren Zeugen einladen können. Miloshević hat im Grunde genommen nur die falschen Zeugen eingeladen. Eine totale Katastrophe. Er ist der schlimmste Zeuge, den ich je in einem Strafprozess erlebt habe. Die Anklage kann ihr Glück vermutlich gar nicht fassen. Es war ein Desaster. Und Miloshević hätte es wissen müssen, dass es so kommen musste. Ich weiß nicht, was er damit bezweckt hat. Es war einfach nur lächerlich. Herbst 2005. Miloshevićs Verteidigung stockt wiederholt. Die Richter überlegen, die Anklage aufzuteilen, um dann den Kosovo-Komplex gesondert weiter zu verhandeln. Mein Instinkt sagt mir, es ist zum Besten des Angeklagten, wenn er nur mit einer Anklage zu rechnen hat. Wir sind an einem Punkt, an dem sich sein Gesundheitszustand deutlich verschlechtert. Das Gericht ist sehr darauf bedacht, alles innerhalb einer vernünftigen Frist zum Ende zu bringen. Solange er selbst es noch zu Ende bringen kann. Die Anklage riskiert, wenn sie mit diesem Moloch von Prozess weitermacht, dass er darin erstickt. Und dann hätte sie sowieso keinen Fall und kein Ergebnis mehr. Wer will ein überstürztes Urteil? Niemand. Es ist allein seine Schuld, dass wir in dieser Situation sind. Worauf will er denn eigentlich hinaus? Sein wahres Ziel ist, nie zum Ende zu kommen, egal was geschieht. Glauben Sie, dass wenn der Kosovo-Komplex anberaumt wird, dass es dann keine überraschende Unterbrechung aus Gesundheits- oder sonstigen Gründen gibt? Er wird sich nicht freiwillig einem Urteil stellen. Niemals. Wir sind hier, um zwei Sachverhalte zu prüfen. Die Frage einer Prozessaufteilung und ihren Gesundheitszustand. Und ihr medische Konditionen. Das heißt, dass Sie die Begründung von Dr. Van Dijkmanen haben. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Das ist das, was er sagt. Das ist es. Das ist die Begründung von Dr. Van Dijkmanen, das ist die Begründung von Dr. Van Dijkmanen, der Ihr Betracht wurde. Die Begründung von Dr. Van Dijkmanen kann man sein, die Verhandlung von Dr. Van Dijkmanen und die Begründung werden. Kann mir bitte jemand erklären, warum Milosevic damit beginnt, ein perfektes Argument für eine Abtrennung der Kosovo-Anklage vorzulegen und dann darum bittet, dass alles beim Alten bleibt, weil er alles in einem vom Tisch fegen wird und sich damit gleichsam auf die Seite der Anklage schlägt? Was hat er getan? Er hat Argumente vorgelegt, durch die er am Ende Zeit verliert und bei denen er seine Gesundheit außer Acht lässt. Ich verstehe es nicht. Die Richter lehnen eine Prozessaufteilung ab und Milosevic kann mit seiner Verteidigung fortfahren. Sein nächster Entlastungszeuge ist Obrad Stevanovic, ehemaliger Führer der Spezialpolizei MUB. Dieser bringt Stapel von Dokumenten mit, die bestätigen, dass sich die MUB immer gesetzestreu verhalten hat. Hvala gospodine Robinson, dobro jutro generale. Dobro jutro gospodine predsadniče, dobro jutro svima u sudnici. Generale, sasvim precizno pitanje. Da li je policija otvarala vatru na pripadnike UČK ako je bilo opasnosti da budu pobređeni civili? Absolutno nije. Da li je prisustvo polizije naše u tom delu imalo ikakvu drugu funkciu osim da štiti naša saobrađena sredstva i putovanja građana srbije na toj relaci. Našo engažovane je učičivo ulogu da se u nastavku zaštiti građane i preuozna sredstva Republike Srbiye. Können Sie sich vorstellen, was für ein wichtiger Mann er ist? Können Sie das? Er ist General der MUB, war General der MUB. Viele Jahre war er dort einer der fünf oder sechs wichtigsten Männer. Wir rufen ihn als Mupp-General auf, um dem Gericht viele Dokumente zu übergeben. Ein wiederholter Fehler des Angeklagten ist, er legt dem Gericht immer wieder Dokumente vor, ohne sie zu prüfen. Folglich legt er manchmal Dokumente vor, die sehr hilfreiche Einzelheiten enthalten, allerdings solche, die ihn belasten. Bei den Unterlagen das persönliche Tagebuch des Generals. Vergeblich hatte es die Anklage bisher von den serbischen Behörden angefordert. Es enthält Ausdrücke wie säubern und keine Leichen, kein Verbrechen. Bitte sagen Sie mir, was bedeutet der Satz keine Leichen, kein Verbrechen? Ist das wirklich die Erklärung für diesen Eintrag? Wir hatten eine Zeugin namens Shiret Berisha. Ihr Bild wird gerade im Overhead-Projektor gezeigt. Sie beschreibt, wie Männer mit Tarnuniformen ihre vier Kinder und ihren Mann töten. Diese Leichen wurden zunächst begraben. Dann wurden sie exhumiert und auf einen Kühltransporter geladen. 2001 fand man sie dann in der Tainitsa-Anlage in der Gewalt der staatlichen Muppe. Sagen Sie dem Gericht bitte, warum die Leichen der Familie dieser Frau umhertransportiert wurden. Es existieren viele Beweise, die darauf hindeuten, dass der Plan, die Leichen der im Konflikt getöteten Kosovo-Albaner zu entfernen, von Anfang an Miloševićs Plan war. Ein Eintrag in Stefanovićs Tagebuch lautet, keine Leichen, kein Verbrechen. Er bezieht sich dabei auf ein Treffen im Büro des Präsidenten. Der Bezug auf den Präsidenten in der oberen Ecke rechts. Sie sprechen, der Präsident spricht hier. Ist es so? Ich verstehe. Es war in seinem persönlichen Büro, ohne dass er anwesend war, nehme ich an. Der Präsident ist der hier Angeklagte? Können Sie oder können Sie es nicht? Ein Dokument beweist, die Skorpione, eine berüchtigte paramilitärische Einheit, kam zur Zeit des Massakers von Srebrenica in Bosnien zum Einsatz. Ihr Führer, General Stefanović, erstattete Milošević Bericht. Deutlicher könnte es nicht sein, nicht wahr, Herr Stefanović, dass sich eine Einheit der serbischen Polizei namens Skorpione während der gesamten Dauer des Massakers von Srebrenica genau in dieser Region aufhielt. Geoffrey Nice legt ein weiteres Beweisstück vor, das Video eines Informanten, der unter Zeugenschutz steht. Das Video dauert zwei Stunden, wir zeigen jedoch nur wenige Minuten, um den Kontext deutlich zu machen. Sie sehen eine feierliche Zeremonie der Skorpione, bei der sie von einem Priester gesegnet werden. Sehen Sie die roten Barretts? Dieses Video, das besonders aufwühlend ist, von dem ich nur einen kleinen Ausschnitt zeige, enthüllt, dass ganze Gruppen von Gefangenen aus Srebrenica zu dieser Gruppe Skorpione gebracht wurden. Hier sieht man Skorpione bei einem Einsatz im Gelände. Die Kerner aus dem Kontext sind die Abenteilsbe 플�agena. Das stammt 2 Stunden. Das stammt 3 Stunden. Das stammt 3 Stunden. Das stammt 3 Stunden. Das stammt 3 Stunden. Das fahrsende. Das stammt 3 Stunden. Das stammt 3 Stunden. Herr Neiss, erzählen Sie bitte Näheres zu diesem Film. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad. Wir haben dazu keinerlei Grundinformation. Für mich sieht das nach Effekthascherei aus. Der Zeuge wurde zum Inhalt des Films nicht befragt. Meine Botschaft an den Zeugen ist, dass dieser Film zeigt, wie es geschieht. Skorpione erschießen Gefangene aus Srebrenica. Diese Einheit hat ihm unterstanden. Also ist er selbstverständlich die Person, die gefragt werden muss, was da vor sich steht. Jemand machte die lächerliche Bemerkung, dies sei Effekthascherei. Das kann ich einfach nicht begreifen. Dieser Prozess ist nichts für zart beseitigt. Wer die Wahrheit, was Menschen anrichten können, nicht erträgt, schaut nicht auf diesen Prozess. Wenn Sie wissen wollen, was im Krieg geschieht, sind Sie hier richtig. Deshalb haben wir völlig zu Recht den Film gezeigt. In Serbien führen die Bilder zum Aufschrei. Die Menschen müssen begreifen, dass in ihrem Namen Verbrechen geschah. Der serbische Präsident Kostunica spricht im Fernsehen. Der Film zeigt, dass es während des Krieges sehr viele hasserfüllte Menschen unter den Serben gab, die Verbrechen begangen haben. Doch wer sollte diese Typen lenken oder kontrollieren in 500 oder 300 Kilometern Entfernung von Belgrad? Milošević etwa? Slobodan Milošević ist sich der Wirkung des Videos in Serbien bewusst. Er versucht, den Schaden zu begrenzen. Eure Ehren, das ist eine suggestive Frage. So kommen wir nicht weiter. Sie denken, Ihre Sache ist in Gefahr und wollen Ihren Zeugen retten. Herr Robinson, da pustim kratzak jeden Insert, in welchem Zusammenhang ist das wichtig? Das ist die Frage, dass der Schaden der Schaden war politisch verabschiedet wurde. Und dass er politisch verabschiedet wurde, Herr Milošević, ich schließe jetzt die erneute Vernehmung. Sie dient keinerlei Zweck. Wir verschwenden nur Zeit. General, danke für Ihre Aussage. Ich höre Ihnen nicht mehr zu. Ich bin angewidert von Ihrem Verhalten. Absolut angewidert. Sie haben dieses Gericht schamlos missbraucht. Der Angeklagte meint, es sei in seinem Interesse, das Verfahren zu stören und sich gegen den Prozess zu sperren. Genau das ist es, was der Angeklagte getan hat. Sehr lange und sehr schlau. Er spielte mit dem Verfahren. Er tat, als ob er mitmacht. Doch, obgleich er das leugnet, er behinderte das Gericht, wo er nur konnte. Er tat nichts, was nicht seinen Interessen diente. Und was waren seine Interessen? Sagen Sie es mir. Sie kennen die Antwort. Er wollte keinen Freispruch, er wollte nur die öffentliche Aufmerksamkeit. Herr Milošević, der Gerichtsarzt hat Sie untersucht. Er hat uns Bericht erstattet und, wie ich verstehe, sind Sie bereit, weiterzumachen? Herr Robinson, ich kann nicht sagen, dass Sie ein Veranstaltungsgericht werden können. Februar 2006. Zum ersten Mal in vier Jahren gibt Slobodan Milošević auf. Sein Verhalten vor Gericht ist von Anfang an das gleiche. Er spielt das Opfer. Soll sich doch jemand anders darum kümmern und hofft, dass sich das Problem von alleine erledigt. Das wird es aber nicht. März 2006. Im Gefängnis erhängt sich der wichtigste Zeuge der Anklage. Milan Babic hat getan, was die Welt und das Gericht von einem Täter erwarten konnten. Er hat gestanden. Er war bereit, mit uns zusammenzuarbeiten und hat ausgesagt. Und wurde von den Richtern verurteilt. Doch es ist ziemlich sicher, dass er starb, weil der Prozess, zu dem wir ihn gebracht haben, dazu führte oder ihn dazu geführt hat, dass er sich umbrachte. Das ist eine schreckliche Niederlage. Denn wenn Menschen ihr Bestes tun, weil das System es von ihnen verlangt, was sagt das dann aus über das System? Eine Woche später. 13. März 2006. Die Kammer erhielt Nachricht vom Tod des Angeklagten Slobodan Milosevic. Wir bringen unser Bedauern über sein Ableben zum Ausdruck. Sein früher Tod hat nicht nur ihn selbst, sondern alle in diesem Verfahren betroffenen Parteien des Urteils in der gegen ihn erhobenen Anklage beraubt. Wir bringen unseren Dank zum Ausdruck, all denen gegenüber, die Teilnahmen an dem langen und schwierigen Verfahren. Sein Tod schließt dieses Verfahren. Laut hiesiger Behörden wird davon ausgegangen, dass alle Anzeichen auf einen natürlichen Tod hindeuten. Er wurde tot in seinem Bett gefunden. Ja, ich bin sehr erschüttert. Ich habe geweint. Erstaunlicherweise habe ich tatsächlich geweint. Und ich war sehr aufgewühlt, weil Milan Babic, der so lange unser wichtigster Zeuge war, gerade einige Tage zuvor gestorben war. Ich sagte nur, wer wird der Nächste sein? Das ist furchtbar. Ich fühle es immer noch. Und als wir heute Morgen im Gerichtssaal saßen, hatte ich das Gefühl, er fehlt. Es war irgendwie merkwürdig, dass er nicht da war. Ein sehr emotionaler Moment. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass es für uns ein großer Verlust ist, weil wir so hart und vergeblich gearbeitet haben. Miloševićs Tod lag, realistisch betrachtet, immer im Rahmen der Möglichkeiten. Vier Jahre einen solchen Job zu machen und wenn man dann noch über 60 ist, da ist das Risiko, dass man stirbt, immer dabei. Und je schwerer der Job, desto größer das Risiko. Ganz praktisch gesehen, ich vermute mal, die Menge der Arbeit, die noch vor uns lag, um den Fall in der gegebenen Frist abzuschließen, war enorm. Wir waren sehr optimistisch, es zu schaffen. Doch meiner Meinung nach war es eine entmutigende Aufgabe. Folglich bedeutete sein früher Tod, dass wir diese Arbeit nicht mehr machen mussten. Und ich wäre ein Narr zu sagen, ich hätte diese Möglichkeit nie in Erwägung gezogen, wenigstens bis zu einem gewissen Grad. Ich bin überzeugt, dieser Prozess wird so wichtig wie die Nürnberger Prozesse, weil die Beweise zählen. Die Beweise sind wichtiger als das Urteil. Wir haben Stenko Tomanović bei uns, den Anwalt der Familie Milošević. Er hat Informationen, die er uns vorlesen wird. Milošević behauptet, es gab Versuche, ihn im Gefängnis zu vergiften. Doch was ist mit den Anschuldigungen, Milošević habe die falschen Medikamente genommen? Wir werden es sehen. Er sagte vor einigen Tagen zu mir, ich bin nicht diesen ganzen Weg gegangen, um aufzugeben. Ich stehe das durch. Also wollte er seine Verteidigung durchziehen. Ich bedauere den Tod von Slobodan Milošević zutiefst. Er beraubt die Opfer der Gerechtigkeit, die sie brauchen und verdienen. Reporterfragen, wurde die Gerechtigkeit nicht betrogen? Ich verstehe die Frage nicht. Der Prozess war langwierig, doch der Prozess war das Urteil. Es wird keine Anhörungen mehr geben. Das war's. Es wird nur eine Ankündigung geben über das Ende des Verfahrens. Niemand ist daran interessiert und sagt, sammelt die Beweise für die Geschichtsbücher. Daran ist keiner interessiert. Zurecht. Das war's. Nach mehr als vier Jahren Prozess stirbt Slobodan Milošević am 11. März 2006. Nur 40 Stunden vor dem vorgesehenen Ende seines Verteidigungsplädoyers. Das Flugzeug mit dem Leichnam von Slobodan Milošević landet nach einem Flug von Amsterdam in Serbien. Ich war bestürzt. Und nach einer Weile, als mir bewusst wurde, dass er wirklich gestorben war, da musste ich ganz ehrlich weinen um diesen Mann. Denn er war nicht nur mein Mandant, sondern ein guter Mensch. Nach fünf Jahren in diesem Fall waren wir zu guten Freunden geworden. Er war für mich so wie mein Vater, um es ganz ehrlich zu sagen. Und letztlich ist er unschuldig gestorben. Erstens. Am Ende hätte dieses Gericht vielleicht über die Verantwortung eines politischen Führers urteilen müssen, der vielleicht anfällig schlechte, aber doch nicht unbedingt kriminelle Entscheidungen traf. Und der dann, vom Ehrgeiz getrieben, letztlich von schlechten, doch nicht kriminellen Entscheidungen, zu schlechten und illegalen Entscheidungen kriegte. Es ging darum, die Verantwortung für die Folgen krimineller Entscheidungen zu tragen. Ich denke, das Ende der Verhandlung wäre eher zu einer Katastrophe geworden, als das, was wir jetzt haben. Man wäre sicher zu einem Urteil gekommen, allerdings weiß ich nicht wann. Vielleicht hätte ein Urteil die Berufung überstanden, doch es wäre immer angreifbar. Und ein Protokoll ist das nicht. Es ist die Grundlage für weitere Arbeit anderer. Ich weiß, ich sollte so etwas nicht denken oder sagen, aber kurioserweise glaube ich, dass wir zu einem recht befriedigenden Ergebnis gekommen sind. Im Jahr 2006 befand der oberste serbische Gerichtshof Slobodan Milosevic für schuldig an der Ermordung des ehemaligen serbischen Präsidenten Ivan Stambulic. Boislav Szczewski befindet sich weiterhin in Den Haag in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess. Seine Partei gewann im Januar 2007 die Wahlen in Serbien. Joffrey Nys verlässt den Gerichtshof kurze Zeit nach dem Tod des Angeklagten und wurde in England in den Adelstand erhoben für seine Verdienste um die internationale Strafjustiz. Die Autopsie durch das Niederländische Institut für Gerichtsmedizin ergab, Slobodan Milosevic starb einen natürlichen Tod. Es befand sich keinerlei Gift in seinem Körper. Die Autopsie durch das Niederländischeischer Untersuchung war es für die Ungelegenheit. Und die Tatsache durch das Niederländische Untersuchung war es für das Niederländische Untersuchung. Untertitelung des ZDF, 2020